Ganz langsam. Ich denke, ich werde sie gleich aufrichten. Dann wird sie wahrscheinlich auch gleich packen. Ich weiß doch, wo sie hier ist. So. Na, dann kann es losgehen. Schön. Läuft sie erstmal, ganz entspannt. Ich weiß jetzt noch gar nicht, was sie tun soll. Nein, weh. Ich meine, ich habe festgestellt, wenn der Storn da ist, ziehe ich den Checker zurück. Ja, genau. Jetzt kommt sie. Sie kommt von rechts. Landet. Wunderbar. Das ist ja Wahnsinn. Ja, so wollten wir das haben. 100% Happy End. Jetzt fehlt bloß noch gesünder Nachwuchs. Ja. 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 Ja.